Johann Jakob Ewig war ein deutscher evangelischer Lehrer und Autor, pädagogischer Lehrbücher und Schriften, Leben und Wirken. Ewig war Sohn des Verwaltungsbeamten und Kämmerers zu Schermbeck Gerhard Johann Anton von Ewig. Aufgrund finanzieller Not des Vaters und durch den frühen Tod der Mutter Anna-Luise von Restorf wurde Ewig ab seinem achte Lebensjahr im Waisenhaus, Wesel durch die Pflegeeltern Steinmann großgezogen, Wunsch seines Vaters war es, dass er Theologie studieren solle. Ewig aber entschied sich für den Lehrerberuf. 1806 wurde Ewig zum Lehrer examiniert, erhielt das Zeugnis der Reife und er zog in die Evangelische Volksschule in Haldern am Niederrhein ein. Dort trat er unter Pfarrer Wilhelm dem Denninghoff seine erste Lehrerstelle als Volksschullehrer an. In Haldern lehrte Ewig bis zum Jahresende 1808. Ab 1809 war er dann als Volksschullehrer unter Pfarrer Wilhelm Ross in Budberg tätig. 1810 gründete er gemeinsam mit dem Volksschullehrer Johann Heinrich Schürmann in Repelen eine erste Lehrerkonferenz regionaler Volkslehrer. 1811 nahm Ewig eine Lehrerstelle in Barmen an. Noch im selben Jahr gründete er die nach ihm benannte Privatschule Ewig in Barmen, welche aus dem Riepeschen-Institut hervorging. Am 28. April 1813 heiratete Ewig Eleonore Caroline Jakobine Siebels. Aus der Ehe gingen neun Kinder, sieben Töchter hervor. 1823 wurde die Privatschule Ewig mit der reformierten Rektoratsschule Barmen zur höheren Stadtschule Barmen zusammengelegt. Rektor der höheren Stadtschule wurde Johannes Grimm. 1829 brachte er sein erstes pädagogisches Lehrbuch Humann, der Lehrer einer niederen und höheren Volksschule in seinem Wesen und Wirken in zwei Bänden heraus. Es folgten weitere pädagogische Schriften. 1831 wurde Ewig durch seinen engen Freund und Gönner Adolphe Diestawik für die Direktorenstelle des Lehrerseminars in Moos vorgeschlagen. Die Direktorenstelle wurde allerdings Franz Ludwig Zahn zugesprochen. Die höhere Stadtschule wurde 1846 zu einer Realschule mit vier Klassen. 1851 übernahm Ewig eine Buchhandlung und Druckerei von August Beigel in Duisburg. 1854 wurde Ewig pensioniert und verbrachte seinen Lebensabend auf Schloss Burgbrohl, das er bereits 1845 gekauft hatte. 1863 feierte Ewig unter Pfarrer Rorscholl auf Burgbrohl seine goldene Hochzeit, bevor er kurz danach auf Schloss Burgbrohl verstarb. Ewig wurde auf dem Friedhof in Niederbrei sich beigesetzt. Bis 1954 stand dort ein aus Tufstein bestehendes Grabmal mit einer Bronzeplatte, auf dem die Bildnisse der Eheleute ewig abgebildet waren. Werke 1829 Human, der Lehrer einer niederen und höheren Volksschule in seinem Wesen und Wirken Verlag J. Beigel-Wesel Erste Teil, der Lehrer und die Zucht Zweite Teil, der Lehrplan 1831 Abdruck einer Rede anlässlich seines 25. jährigen Amtsjubiläums in Rheinische Blätter für Erziehung und Unterricht Bände 9 bis 10 Januar bis Juni 1832 Veröffentlicht durch F. A. W. Diesterweg Essen Verlag G. D. B. D. K. S. 86 bis 101 1834 Was tut unserem Erziehenden Unterricht not? Schönjahren 1836 Johann Jakob E. Weg in Bahmen In F. A. W. Diesterweg Das pädagogische Deutschland der Gegenwart oder Sammlung von Selbstbiografien jetzt lebender deutscher Erzieher und Lehrer Verlagsbuchhandlung von Karl Friedrich Plan Berlin S. 215 bis 305 1855 Der alte Schulmeister und der in der Pädagogik vorherrschende Geist In pädagogischer Jahresbericht der Volksschullehrer Band 9 Verlag Friedrich Brandstetter Leipzig 1855 Zweite Diskussion des alten Schulmeisters und der in der Pädagogik vorherrschende Geist In pädagogischer Jahresbericht der Volksschullehrer Band 10 Verlag Friedrich Brandstetter Leipzig 1857 Der See von Laach Eine poetische Schilderung Nebst einer Zugabe Verlag Johann Jakob E. Weg Duisburg 1861 Das Fundament aller Religion oder Die Versöhnung des gläubigen Gewissens mit dem denkenden Geiste Rheinische Verlagsanstalt Bonn